So, jetzt noch ein Stück, dann machen wir eine kurze Pause, damit ihr euch vor uns mal erholen könnt und was trinken könnt draußen. Jetzt kommt ein Lied. Die Situation kennt jeder Mann hier im Saal. Es ist Samstagabend, man will irgendwie ausgehen. Die Frau ist schon seit drei, nee, seit vier Stunden im Bad. Es dauert und dauert und dauert. Dazu ging es dem Eric Clapton, er saß im Wohnzimmer und hat gedacht, wie lange dauert das noch? Und dabei ist ihm folgendes Lied eingefallen. Und das beschreibt die Situation wirklich perfekt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 And I feel wonderful Because I see the love lie in your eyes And the wonder of it all That you just don't realize How much I love you It's time to go home now But I've got an aching head So I give her the car key She helped me to bear And then I tell her As I turn on the light I said, my darling You were wonderful tonight Oh, my darling You were wonderful tonight Tonight Yes, tonight That's great Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020